Musik Bestialisch, aggressiv, fast monströs. Dieser neue SL63 AMG hat uns zuvor eingeschüchtert, dann beeindruckt. Dann haben wir gelernt ihn zu lieben. Seine verführerische Macht hat sehr schnell gewirkt. Die Würfe sind gefallen. Eine Liebesgeschichte hat begonnen. Seine Linie schon alleine. Auf den ersten Blick weiß man, dass man ein außergewöhnliches Auto vor sich hat. Skulptierte Haube, 16 Zoll Felgen, vier Auspuffrohre. Er besitzt nichts Künstliches. Alles ist auf Leistung getrimmt. Er ist ausgefeilt. Sein Charisma ist riesengroß. Er drängt sich einem völlig auf. Das Doch. Es öffnet sich in 16 Sekunden. AMG ist der Hersteller dieses Königs der Straße. 63 wie 6,3 Liter oder genauer 6208 Kubikzentimeter. Also manche sagen auch 6,2 ist auch egal. Es sind 525 PS und 630 Newtonmeter bei 5200 Umdrehungen. Die Heldentat dieses V8 ist es eben, dass er den großen Hubraum und die Fähigkeit hoch zu drehen hat. Bis zu 7200. Diese Motorisierung ist mit einer außergewöhnlichen Gangschaltung verbunden. Der Speedshift MCT mit sieben Gängen. Sie stellt die Quintessenz des Motors, also des Wagens, so richtig in den Vordergrund. Vor allem im manuellen Modus, wo man Meister der Gangschaltung werden kann. Der andere Trumpf des SL 63 AMG, seine Klangfülle. Ein schönes Gesicht, ein Riesenherz, einen feurigen Charakter hat er. Wie sollte man sich nicht in eine solche Maschine verlieben? Sie ist außerdem noch viel exklusiver als das Basismodell, das als Safety Car bei der Formel 1 dient. Es ist ein purer Spaß, sich in diesen Coupé zu begeben. Mix aus Sportlichkeit und Eleganz. Der Innenraum ist auf der Höhe der anderen Trümpfe. Die Sitze sind mit Air-Scar-Heizungen ausgestattet. Sogar am Hals wird es warm. Da kann man von diesem Cabrio auch im Winter profitieren. Wenn der Sportknopf erst einmal betätigt wurde, dann wird das Federungssystem gefestigt und der EPSP im Off-Mode. Ein großer Moment der Freude erwartet sie da. Dieser SL ist der bestialste SL, der jemals kreiert wurde. Man konnte den 65 AMG kritisieren, wie man wollte, aber hier ist man einfach in einer anderen Welt, in der Welt der Perfektion. Die Lenkung funktioniert einwandfrei, auch die Bremsen. Er ist ausgeglichen und vor allem spürt man sein Gewicht. Fast 1900 Kilogramm wiegt er. Nicht, er ist nicht nur sportlich, dieser SL 63 AMG, er ist auch vielseitig, noch eine andere Qualität. Wir werden noch lange von diesen Tests zehren. Wir werden noch lange von diesen Tests aufgelistet. Wir werden noch lange von den Tests aufgelistet.